Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Wasser, Schwefelwasserstoff und die Wasserstoffbrückenbindung. Als Vorkenntnisse zu diesem Video solltet ihr die Videos Aggregatzustände, Gase, Flüssigkeiten und Feststoffe, davon gibt es zwei Videos, gesehen haben. In diesem Video erkläre ich euch, wie die Wasserstoffbrückenbindung die Schmelz- und Siedetemperaturen von Wasser und Schwefelwasserstoff beeinflusst. Wir wollen zunächst die Formeln von Wasser, H2O und von Schwefelwasserstoff, H2S notieren. Das Video habe ich in fünf Abschnitte untergliedert. Erstens Wasserstoffbrückenbindung, zweitens Eis, drittens Assoziate und Wassercluster, viertens Schwefelwasserstoff, fünftens Schmelz- und Siedepunkte von H2O und H2S. Erstens Wasserstoffbrückenbindung. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause. Sofatutor.com.